Willkommen bei Darmwitter. Heute möchte ich euch eine Sportlerin vorstellen, die ganz viel Erfahrung hat mit Muskelaufbau, mit Bodystyling und mit Gelenksanierungsprogrammen. Hallo du, ich bin Regina Baumgartner und ich habe ein Zentrum für Bewegung und Gesundheit in Melk. Ich arbeite seit Jahren mit Menschen, die sich bewegen und mit Sportlern und da ist mir etwas aufgefallen. Und das solltest du jetzt wissen. Sportler und bewegte Menschen brauchen einfach mehr. Mehr Mineralstoffen, weil der Sportler einfach schwitzt. Wir brauchen mehr an Mineralstoffen, weil wir viel Energie erzeugen und diese Energieerzeugung macht Säure im Körper. Und diese Übersäuerung müssen wir irgendwie ausgleichen, damit wir das erreichen, was wir wollen, nämlich mehr Muskelkraft. Und das ist ganz, ganz wichtig. Was brauchen wir noch mehr für unsere Gelenke? Das Wichtigste im Sport ist, dass die Gelenke wirklich intakt bleiben. Und daher eine richtige Nährstoffversorgung für die Gelenke und falls es schon Probleme gibt, und das ist meistens im Kniebereich, damit die Knorpeln und die Sehnen optimal noch unterstützt werden, damit man Probleme aus dem Weg geht oder sie verbessert. Und für die Muskeln kann ich nur alt sagen, wichtig sind basische Shakes, weil wir nicht übersäuern und genau diese Muskelstruktur bekommen, die wir wollen. Wenn du wissen willst, wie du dich richtig und gut bewegst und wenn du wissen willst, wie du die richtigen Nährstoffe für dich findest, dann komm einfach vorbei. Wir sehen uns im Melk. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017